Für dich und auch für andere Erinnerungen haben wir nur diese zwei Positionen. Bitte, eure Technik kennt sich so. Das ist schwierig. Ich mache Hand. Und jetzt? Die Idee ist da. Und dann? Oder Schlagen oder Bögen oder sowas. Genau. Und? Die Sekunde. Ich versuch sie. Die Augen mit dieser Hand holen. Jawohl. So. Nach vorne. Meistern. Und. Und nach vorne. Und? Jawohl. Das ist klar. Bitte nicht. Das ist ein Umfall. Nach oben. Da habe ich Partner schwach. Und dann? Ich glaube, dein Vater nicht. Da gibt es beschriebene, so viele Feindfremden. Dann mache ich meine Füchte ein bisschen oben. Aufheben. Und dann kommen wir hin. Gut. Der Partner ist jetzt hier fest. Jawohl. Sein Arm ist aber locker. Gerade. Gar nicht so viel Kämme. Nur mal vorne. Da bricht man gleich hin. Und jetzt? Jawohl. Jawohl. Wir machen das schon oben ab. Bitte nicht folgendes machen. Nicht folgendes machen. Hand geben und dann warten. Das ist dann ein Angriff. Ich kann auch technisch kontrollieren. Die Hand ist voll. Oder wie will. Die Hand ist voll. Die Idee ist, ich schränke meinen Körper. Und dann schränke meinen Körper. Und dann schränke meinen Körper. Und dann schränke meinen Körper. Okay? Nochmal? Okay. Also. Um. Dann bewegt sich so. Wie Sie haben, der Hand kommt hier. Dann. 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 Dann kommt das Füße. Dann kommt das Füße. So kommt es. Dann kommt es. Dann. Dann. Okay? So, ich kann nicht nach vorne. So, ich kann nicht nach vorne. So, ich kann nicht nach vorne. Noch ein Stück meiner Türen. So ist es.